Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land, heute bin ich wieder für euch in der War with In unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg, den wir finden können unter Tiefen und dann War with In und hier haben wir das Achievement Entdeckung in der Tiefenfestung. Für dieses müssen wir folgendes machen, findet und öffnet alle robusten Truhen, die in der Tiefenfestung verborgen sind. Und da sind wir jetzt gerade schon. Wir sind einmal in Ashka Head und zwar haben wir die Tiefenfestung hier unten auf den Koordinaten 51, 88 und dort könnt ihr in jeglicher Schwierigkeitsstufe reingehen. Und dann müssen wir jetzt hier drin vier Kisten sammeln. Die erste haben wir direkt auf den Koordinaten 35, 34 und die haben wir auch in jeder Variante einmal hier. Ich habe die schon aufgemacht, also hier hinten ist die einmal. Teilweise sind die anderen Kisten nur in bestimmten Varianten der Tiefen aktiv. Jeden Tag switchen diese Varianten, also müsst ihr immer ein bisschen was anderes machen und dementsprechend müssen wir da gucken, dass wir halt die richtige Variante entdecken. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal runter zu den anderen Kisten und dann zeige ich euch das. Also wir haben hier eine Kiste, robuste Truhe, nur in der Geschichtsvariation Ausreißer, Revolution und Weber-Rettung verfügbar. Also diese beiden. Ich meine hier in dem Ding müsste es drei verschiedene geben. So, die Kiste haben wir jetzt einfach hier unten stehen. Also die können wir jetzt auch aufmachen. Das ist jetzt einmal auf den Koordinaten 39, 68. Ein bisschen aufpassen, dass wir uns hier nicht weglasern lassen. Dann gehen wir jetzt wieder einmal nach oben. Quasi genau auf der anderen Seite haben wir auch noch eine stehen. Und bei der ist es tatsächlich so... Ah ja, okay, Bran hat was gelootet. Also nur in der Geschichtsvariation Ausreißer, Revolution und Folteropfer verfügbar. Also ihr müsst anscheinend, so wie es aussieht, in verschiedenen Versionen einmal reingehen. Ich habe das jetzt schon beim Leveln teilweise mitgenommen, beziehungsweise mit Twinks hier gemacht. Die ganzen Kisten sind nämlich Battle.net-Account-weit. Heißt, wenn ihr mit einem Charity aufmacht, sind die für alle schon mal weg und es zählt ja für alle Füße Tiefen. Also wenn ihr da mit einem anderen Charity schon mal drin wart, kann es sein, dass ihr, wenn ihr die dort schon geöffnet habt, dass die dann auch schon aufgebraucht sind. Genau, das haben wir jetzt hier auf den Koordinaten 63, 32. Und dann würde ich sagen, schauen wir noch das letzte. Das ist da, wo wir dann auch am Ende den Loot kriegen. Und dafür müssen wir hier einmal die Treppe runter. Und da gucken wir jetzt auch drauf. Das können wir in jeglicher Version öffnen. Übrigens, das Add-on, das uns das hier anzeigt, das ist einmal Handy-Nodes, beziehungsweise Handy-Nodes der Warwolf-In müsste es sein. Also Handy-Nodes ist das Grund-Add-on und der Warwolf-In als Zusatz ist quasi dann das Add-on für die jeweilige Expansion. In dem Fall Warwolf-In. Gut, das haben wir jetzt hier in dem End-Boss-Raum quasi einmal hinten liegen. Und wie gesagt, das könnt ihr in jeglicher Version öffnen. Das ist einmal auf den Koordinaten 72, 88. Und damit sind wir tatsächlich auch durch mit dem kleinen Guide-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tila und bis dahin. Ciao.